Deutschland. Wir sind Europameister. Mit über 65.000 Patentanmeldungen im Jahr 2014 führt Deutschland die Liste der meisten neuen Entdeckungen an. Deutschland ist Weltmeister bei den wichtigsten Erfindungen der letzten Jahrhunderte. Wie Buchdruck, Glühbirne, Telefon, Automobil, Computer, Scanner, MP3-Format und nicht zu vergessen der GMR-Effekt, ohne den heute fast keine Festplatte auskommt. Deutschland. Das Land der Denker, der Forscher, der Erfinder, der Macher. Macher? Viele deutsche Erfindungen, wie das Fax, der Hybridmotor, LCD, das MP3-Format oder der GMR-Effekt wurden erst im Ausland zum kommerziellen Erfolg geführt. Die Macher, das waren hier die anderen. Nur erfinden reicht nicht. Deutschland hat Kapital, Ideen, die weltbesten Ingenieure, Forscher, Unternehmer. Es ist Zeit, daraus mehr zu machen. Denn Deutschland kann mehr. Und wir brauchen mehr. Mehr Mut zum Gründen, Investitionen. Mehr Mut zum Risiko, große Ideen. Mehr Innovationen, Interaktion. Und es braucht Menschen, die das in die Hand nehmen. Start-ups, Investoren, Mittelständler, Politiker, Wissenschaftler. Es braucht die Motivierten. Die Mutigen. Die Macher. Euch, uns, Dich. Willkommen zur Start-up Interaction 2015. Willkommen bei der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020